1, 2, 3, 4 Grüß Gott, Johannes! Was kann ich für dich tun? Bayerisches Wochenende in der Eiche? Ende September? Ich frage mal nach. Moment. Wollen wir ein Bayerisches Wochenende beim Johannes machen? Ja! Wollen wir ein Bayerisches Wochenende? Vertraue und glaube, man. Wollen wir ein Bayerisches Wochenende beim Johanneskolat? Untertitelung des ZDF, 2020